Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie hier herzlich willkommen heißen an der Heinrich-Stein-Schule zur neunten Ausbildungsbörse, die im zweijährigen Turnus vom Freundeskreis zur Berufsschule organisiert wird. Begrüßen möchte ich zunächst unsere beiden Schirmherren, Herrn Landrat Wilhelm Schneider und Herrn Bürgermeister Günther Werner. Vielen Dank für diese Unterstützung. Weiterhin möchte ich begrüßen Regierungsschuldirektorin Frau Hildebrandt von der Regierung von Unterfranken. Herrn Dr. Kagerbauer als Vertreter der IHK. Frau Weber-Hilbert von der zuständigen Stelle am Amt für Landwirtschaft und Ernährung. Frau Schulamtsdirektorin Brech vom Schulamt. Herrn Stelzer von der Arbeitsagentur. Herrn Dekan Flechschmidt. Unseren Kreishandwerksmeister Herrn Häfner. Und des Weiteren alle Bürgermeister, Kreis-, Stadt- und Gemeinderäte des Landkreises. So wie alle Vertreter der Aussteller, alle Besucher und anwesenden Schüler. Einen besonderen Dank muss ich noch loswerden. Und zwar gilt er unserem Herrn Brüggemann, dem stellvertretenden Schulleiter hier an der Schule, der die komplette Organisation von der Ausbildungsbörse übernommen hat und in hervorragender Art und Weise durchgeführt hat. Vielen Dank, Herr Brüggemann. Ja, meinen Dank möchte ich auch aussprechen allen Ausstellern, die natürlich zum Gelingen der Veranstaltung beitragen und möchte mich auch bei allen Besuchern bedanken, die sich hier informieren wollen. Ich möchte nun das Wort übergeben an Herrn Landrat Wilhelm Schneider, der sein Grußwort spricht.